yo servus leute ich bin der jonas und neues video auf dem youtube kanal heute aus dem büro hier von drin und zwar möchte ich mit euch das jahr 2020 noch mal so ein bisschen revue passieren lassen eigentlich wäre an der stelle jetzt ein best of 2020 gekommen aber leider ist meine vier terabyte festplatte wartet ich finde sie hier vier terabyte festplatte abgestürzt bzw runtergefallen und leider habe ich die daten natürlich nicht gesichert das heißt alle gopro clips und so von 2020 sind leider weg deshalb möchte ich fünf highlights aus dem jahr 2020 meine highlights aus meinem jahr noch mal raussuchen und mit euch noch mal angucken und euch kurz vorstellen welche das sind und ich habe mir einen kleinen zettel geschrieben ja ich würde sagen wir fangen an ganz vorne im jahr im februar dies mit unserem trip nach finale ligure richtig krank was anderes kann man da eigentlich fast schon nicht mehr dazu sagen richtig cooler trip hammer geplant von manu also vielen dank da auch noch mal grüße geht raus an manu ich plätze mal ein gimli am bike richtig hammer organisiert und einfach nur brutal so wie er das erzählt hat im vorhinein so war es dann auch es war einfach hammer wir hatten da eine hammer woche eine hammer zeit mit julian und joshi und melden natürlich und family richtig cool hat ultra laune gemacht hat mir richtig viel gebracht auch bikes kill mäßig sage ich jetzt mal ihr könnt euch das einfach nicht vorstellen wenn ihr noch nie im finale wart ihr müsst da einfach hin das war richtig premium hat richtig spaß gemacht man fährt die ganze zeit rad mit mehrblick und ja lohnt sich mega war auch gar nicht so teuer also wenn ihr die möglichkeit habt da mal hinzufahren macht es auf jeden fall ich kann es euch nur empfehlen war einfach der hammer ihr habt jetzt während des videos hier paar clips gesehen die ich aus dem youtube video noch rausgeschnitten habe also wirklich hammer im finale haben wir auch das erste projekt firmen plus components gemacht der sponsor ist dieses jahr bei mir dazu gekommen bzw 2020 dazu gekommen richtig coole partnerschaft macht mega bock mit den jungs zu arbeiten macht auch richtig spaß darum geht es mir immer wenn ich irgendwelche kooperationen oder so macht dass ich das selber gut vertreten kann dass das cooles zeug ist und dass ich mit den leuten klarkommen und ja kann ich bei nonplus auf jeden fall nur bestätigen und erstes projekt haben wir da gemacht richtig coole bilder und so auch also auf jeden fall hammer kurze unterbrechung und kleine werbung in eigener sache und zwar habe ich gesehen dass 75 prozent mein kanal noch nicht abonniert haben und ich würde mich mega freuen wenn du jetzt meinen kanal abonniert wenn das noch nicht gemacht hast das unterstützt mich in der nächsten zeit weiter coole videos für euch zu produzieren und weiter coole projekte euch zeigen zu können ich würde mich mega darüber freuen und jetzt geht es heute mit dem video viel spaß dir ja nach finale komme ich vielleicht zu punkt 2 und zwar ist es der bikepark ober ammergau beziehungsweise alles rund um ammergau drumrum rund um ober ammergau drumrum jetzt habe ich es richtig gesagt wir waren zum korby zu besuch zweimal dieses jahr und zwar einmal beim zusammen mit dem nico und einmal war ich alleine beim korby waren auf jeden fall wieder paar hammer tage die wir dort verbracht haben der korby kommt aus der nähe von ober ammergau und ich habe den da zufällig mal beim urlaub im bikepark kennengelernt und seitdem sind wir befreundet und treffen uns regelmäßig und ja zweimal waren wir da im bikepark gibt auch ein paar videos wir waren im bikepark lang greece lang greece vor allem englisch oder was wir waren vor allem auch im bikepark lang greece im bikepark ober ammergau wie gesagt war ein paar richtig coole tage haben auch paar richtig schöne clips gehabt und einfach gut times das war einfach schön auch wenn das ja hier durch corona geprägt war ich will in dem video jetzt gar nicht so groß darauf reingehen weil unser alltag besteht daraus und jeder redet einfach 24 stunden darüber und mich persönlich nervt fast schon ein bisschen ich habe jeden tag sowieso bei der arbeit damit zu tun und deshalb soll es in dem video darum jetzt mal nicht gehen sondern wir holen uns einfach aus 2020 die coolen momente raus und ja der nächste punkt wäre unser zweiter trip großer trip den wir 2020 gemacht haben auch mit manu der war da auch dabei und der melvin und der joe ja der ging eine woche im prinzip im bikepark chatel nach frankreich wir haben angefangen in frankreich zwei tage im bikepark lac blanc das war auch richtig cool da muss ich diese auf jeden fall wieder hin wenn es möglich ist der war richtig cool hat richtig spaß gemacht die zwei tage ja wir waren übers wochenende in lac blanc und sind dann montags richtung chatel über den genfer see gefahren und ja man kann zu chatel einfach nur sagen bzw einen tag waren wir auch in super morsin drüben weil da haben das leider wetter technisch auch nicht geschafft weil immer wieder gewitter waren und da muss man aufpassen dass man mit den liften da noch rechtzeitig wieder zurückkommt deshalb hauptsächlich in chatel gewesen ja hammer bike park absolut heftig ich glaube so große sprünge bin ich in meinem leben einfach nur nicht gefahren zwar krank hat aber ultra spaß gemacht einfach ein ganz neues level an mountainbiken ich habe am ersten tag angst gehabt anleger zu fahren weil die anleger so groß waren also da sieht man mal wie krass es da wirklich war aber hat richtig laune gemacht ich habe richtig viel gelernt gerade auch vom springen her hat mir mega viel gebracht ich bin da danach jump lines gefahren wo ich mir vorher dachte okay da fahre ich außen rum und das bin ich alles auf eins danach durchgefahren also echt krass was das auch sprungtechnisch im endeffekt gebracht hat genau das wäre punkt 3 für das video und punkt 4 sind ganz klar die enduro rennen die ich dieses jahr gefahren bin das waren insgesamt lasst mich überlegen ich muss zu meinen startnummern hinten schauen ja von den trail trophies bin ich dieses jahr alle gefahren die es gab von der ganzen serie das war einmal die trail trophy im harz in sankt andreasberg meine erstes rennen dieses jahr hat richtig laune gemacht waren richtig geile trails ich hoffe dass es dieses jahr wieder stattfindet da gibt es ja noch keine termine hätte ich richtig bock drauf dann das zweite rennen war tatsächlich im breiten brunnen da habe ich kein video drüber gemacht da bin ich mit halbschale auch das rennen gefahren die gopro wäre da im rennen einfach störend gewesen und die trails waren auch ich sag jetzt mal nicht so die spannendsten für euch deshalb gibt es da einfach kein video da habe ich mich aufs rennen fokussiert dann trail trophy am geißkopf das letzte enduro rennen für dieses jahr war ein hammer rennen das beste trail trophy rennen das ich gefahren bin bzw. einfach hammer geile trails hammer cool gemacht richtig gut organisiert also da nochmal props an bike projects die das echt richtig gut organisiert hatten und mega trails da rein gestellt haben hat richtig laune gemacht einfach auch die trails zu fahren und die alpine enduro series am kronplatz da gibt es auch ein video dazu absolut krank ich glaube eine 12-13 minuten stage sind wir da gefahren das war sowas anstrengendes habe ich glaube noch nicht gemacht aber auch in den bergen hammer kulisse hammer rennen feeling auch vielen dank auch noch mal ans albis fitlock team mit denen ich da unterwegs waren katerina tim alle die da dazugehört haben hat richtig laune gemacht die woche mit euch oder das wochenende mit euch hammer war richtig cool also hoffentlich geht es dieses jahr wieder hätte ich richtig bock drauf und hat mir auch fahrtechnisch mega viel gebracht genau dann wären wir auch schon beim letzten punkt bei punkt 5 für dieses jahr und da möchte ich ein video auf youtube nochmal rausholen sage ich jetzt mal oder ansprechen das ich dieses jahr gemacht habe hat mega war mega viel aufwand hat aber auch mega cool geklappt und ich finde schlussendlich ist es ein echt gutes video geworden und zwar das pivot switchblade test video ihr seht das auf youtube ich blende es euch nochmal ein hier irgendwo für die dies von euch noch nicht gesehen haben ich habe mir matze da ich glaube drei tage gefilmt bis die ganzen clips zusammen waren und bis ich zufrieden war sage ich jetzt mal hat wie gesagt richtig laune gemacht war war richtig cool da auch mal als außenstehender sage ich jetzt mal sich mit der kamera ausleben zu können und nicht immer nur alleine irgendwelche videos zu machen das ist oft relativ schwer ich würde gern oft qualitativ mehr machen aber das geht halt nur wenn man dann im prinzip einen sportler hat oder jemand den man filmen kann das hat mir matze echt gut geklappt und hat mir matze auch richtig laune gemacht der hat auch ich finde treffende worte gefunden so als review zu dem bike und ja richtig cooles rad ich finde es ein cooles video und wie gesagt die leute die es noch nicht gesehen haben die können jetzt mal reinklicken ja das war im prinzip mein jahr 2020 nochmal in kurz zusammengefasst fünf punkte haben wir abgehakt habe ich euch nochmal erzählt und zuletzt vielleicht auf jeden fall noch vielen dank vielen dank erstmal an meine sponsoren die mich da unterstützen und die auch dieses jahr wieder dabei sind natürlich das schaltwerk schweigern der andy vielen dank für deine hilfe oder für deine unterstützung ich glaube ohne dich wäre viel nicht möglich gibt mir auch immer wieder viel input was man so machen kann und so das bringt mich einfach mega weiter und ja mega cooler partner kann man einfach nur sagen lass da auf jeden fall viel liebe da im schaltwerk schweigern dann eskollab die mich wieder mega unterstützt haben dieses jahr also ich glaube eine unkompliziertere firma gibt es einfach nicht und alles coole menschen da alle mega lieb und die produkte sind hammer ich bin mega damit zufrieden ich kann es nur jedem weiterempfehlen ich habe von dem noch kein produkt in der hand gehabt wo ich gesagt habe ne will ich nicht fand ich alles mega bis jetzt also ohne da irgendwie subjektiv zu sein kann ich von meiner seite her nur empfehlen dann wie ich vorher schon gesagt habe weiter geht es mit nonplus components auch richtig coole leute richtig cooles team danke auch da an der stelle für ein cooles jahr 2020 und natürlich zuletzt auch noch f100 die mich fleißig mit dem reiniger unterstützen und ja ich denke für die habe ich ganz coole bilder gemacht seht ihr auch viele auf instagram bei denen auf der seite ich plötzlich mal ein f100 fahrradpflege da findet ihr viele bilder von mir viele produktfotos und die haben dafür gesagt dass mein bike immer wieder sauber geworden ist bei doch vielen match touren die wir dieses jahr gemacht haben wo es oft ziemlich nass war und ja zuletzt danke auch noch an euch an alle die hier dabei sind oder neu dazugekommen sind vielen dank ohne euch wäre das nicht möglich ich kriege immer wieder hammer feedback von euch ist mega lieb ich freue mich über jeden einzelnen der dazu kommt und vor allem auch wenn mich leute im bike park oder so ansprechen wenn ihr mich seht sprechen mich ruhig an ich freue mich wenn ich leute von euch treffe ja danke für die unterstützung danke dass ihr dabei seid und fleißig meine videos schaut schätze ich mega und ich hoffe dass das 2021 genauso wird bin ich fest von überzeugt und ja jetzt wünsche ich euch einfach ein gutes jahr startet gut rein auch wenn das video jetzt paar wochen später kommt aber ich denke das ist noch in ordnung und und ich hoffe wir sehen uns dieses jahr bei vielen videos beim nächsten natürlich auch und bis dahin macht's gut bleibt gesund und ja haut rein ciao ja ja Untertitelung des ZDF, 2020